Hey Leute, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich war mit dem lieben Chris und Marcel unterwegs, beide verlinke ich euch hier oben rechts. Aber vor allen Dingen war ich mit meiner neuen X-Pro3 unterwegs und dem neuen Classic Color Recipe von Fuji X Weekly. Das macht echt coole Farben, aber die Fotos seht ihr ja gleich. Ich will auch gar nicht lange quatschen, nur noch ganz kurz. Die 85% von euch, die regelmäßig meine Videos schauen, aber noch keine Abonnenten sind, hauen mal kurz unten auf den Abo-Button. Danke dafür. Dann lasst noch einen Daumen da und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Das ist Hava oder Süd? Hava. Leid. Das war jetzt aber ein Sekunde, das ist hier. Du musst pack mal deinen Kopf in das zweite Rad, da Kamera ins Gesicht, ja genau. Ich muss vereinigen. Ich muss die Hälfte wegschneiden. Ich muss ein bisschen mehr Sonne. Ich muss die Hälfte wegschneiden. 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 Ich muss die Hälfte wegschneiden.